Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Ratchet & Clank Part 34 Und weiter geht's hier Geld Den, der mir so viel Geld geklaut hat Oh, wieder ein bisschen Geld Danke für die Leiter Ich sollte mal hier ein bisschen Money holen Ich habe heute ein paar tolle Sonderangebote Geld, 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 Geld Rauch, Mann Und ich hab's nicht Warum nur Und jetzt hier lang Ach, natürlich auf den Kopf Oh Oh! Haha, das ist ein Mäuse. Ja! Ja! Ha-ha! Ja, toll. So geht es also nicht. Wow. Ah! Ja, Chad, was sollte das denn? Ja, einfach so in die Schuhe angezogen, oder was? Was war denn das? Warum stand der auf einmal so? Komisch. Ah, erwischt. Keine Fehler machen. Und du bist auch, seit du blöde Mine. Ich hab doch genug Minen. Was? Nein. Hey. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Aha, erwischt! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Toll. Dieses Eis nervt. Und zwar so richtig. Das fahrrad武los. Das fahrrad武los. Das fahrrad武los. Das fahrrad武los, nicht mehr. Der Bestand Vienen. Das fahrrad武los. Aha. Yay. Dass man so nicht springen kann. Uh. Oh. Oh. I can't do that. Oh. Was sollte das denn? Red Jet Was sollte das? Das habe ich gar nicht gedrückt Loslassen Habe ich gedrückt Ich darf wieder alles von vorne machen Das werfe ich Was soll das? Was soll das, Red Jet? Ich möchte nicht, dass du dich da draufstellt Ich möchte, dass du dich normal überquerst Oh Mann, vorsichtiger sein Was soll das denn? Ich hätte doch gar nicht Laufen gedrückt gehabt Und du bist gelaufen Red Jet Was willst du von mir? Jetzt auf einmal Ja, Minen zerstören kannst Aber richtig laufen nicht, oder was? Höfst? 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 Nee, nicht mit mir. Nee, ich bin mir. Ich fall nicht runter. Ja, ich bin mir. Bis zum nächsten Mal. Ja, so geht das. Ja. Obwohl er ziemlich ganz schön... Ah! Red Jet. Mach nichts Falsches. Ich hab dich gesehen, Goldbolt. Ich hab dich gesehen, Goldbolt. Backpack, D.R. Das war's für heute. Und weiter geht's. Hier hin lang gehangelt. Aber erstmal hier hin. Da ist schon wieder ein Goldbolt. Die sind aber sehr nah beieinander. Was? Wo bin ich hier gelandet? Und wieder hier. Die Kontrollpunkte sind zu rar gesät irgendwie im Spiel. Ah, wie wenige Kontrollpunkte es mal gibt. Haha. Mine, du erwischst mich nicht. Wo, 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 wo. Wow! Woh, 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 woh... Wuh! Hier verstecken! Weg mich, der du blödes Flugzeug! Und weg mit dir, du Roboter! Da hinten muss ich hin! Quark? Captain Quark! Wo? Kommen Sie, Quark, ich weiß, dass Sie es sind! Äh, Steve ist mein Name. Sehr erfreut! Okay, Steve. Ich muss wissen, wo Drake ist, bevor es zu spät ist. Sagen Sie eben, zu spät? Sir, es ist nicht zu spät, das neuste Produkt aus der Qualitätspalette von Gadgetron zu erwerben. Ich biete Ihnen nur, hier und heute, den Gadgetron PDA. Profi-Deppen-Abwehrgerät? Nein, nein, nein. Persönlicher Dauerlieferassistent. Mit diesem Gerät können Sie ganz einfach Munition erwerben. Wann immer und wo immer Sie es wünschen. Ja? Wer sagt mir, dass es funktioniert? Auf Gadgetron-Qualität kann man sich immer verlassen. Oder mein Name ist nicht... Steve. Ja, hol ich mir. Vielen Dank und einen Quark-tastischen Tag! Obwohl es teuer ist. Äh, nichts. Und was ist das hier? Wo führt mich das hin? Ach, wieder auf dem Weg zurück, oder? Was? Könnte ich auch gut gebrauchen. Die Welt zumindest ist noch auf dem Weg zum Planeten hin. Wo bin ich hier? Ach so, das ist die gleiche Plattform. Das hört sich immer komisch an. Was soll er? Wo bringt mich das hin? Das hört sich immer noch auf dem Weg zum Planeten hin? Wo bin ich das hin? Was? 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 Was braucht das so lange? Ich will jetzt zumindest noch wissen, was das ist. Ah, zumindest bin ich jetzt hier. Was? Das müsste doch zu erreichen sein. Ich probiere mal was. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Führt mich das hin? Wo führt mich das hin? Zu diesem... ...aufwendigen Goldbolt? Also... Das war jetzt aber nicht alles andere als einfach. Das war jetzt nicht alles. Das war jetzt. Das war jetzt. Das war jetzt. Das war jetzt. Auf nach Quatu! Aha! Qua konnte sie wohl nicht erledigen, Sir? Hervorragend beobachtet! Danke, Sir! Ich wünschte nur, sie wären bei ihrer Arbeit genauso gut! Ja, Sir! Da unser neuer Planet fast fertig ist, brauchen wir einen neuen Plan, um die gewünschte Umlaufbahn freizumachen! Und diesmal muss er wirklich absolut idiotensicher sein! Die Uhr läuft! Jaaaaah! Der wird immer verrückter! Oh! Frettpflanzen! Oh! Frettpflanzen! Wow! Gibt's ne neue Waffe? Hallo, Fail Knäuel! Nein! Und ich würde sagen, hier beende ich den Part... Mann, du bist müde! Und hier beende ich den Part und das war Let's Play, Ratchet & Clank, Part 34! Und bis zum nächsten Part! Bis zum nächsten Part!